Hallo Strandfans, ich bin's, der Steven und ich grüße euch aus der brütenden Mittagssonne des Oman. Genauer gesagt befinde ich mich am Kurum Beach. Kurum ist arabisch und heißt Mangrove. Mangrovenwälder werdet ihr am Strand nicht finden. Dafür liegt der vier Kilometer lange Strand, der direkt in der Hauptstadt Muskat liegt, zum Spazierengehen ein und man kann gerade im Osten kleine Sportangebote nutzen. Hier kann man Jet Skis ausleihen, Parasailing machen oder auch mit dem Kanu unterwegs sein. In Richtung Westen befinden sich viele Restaurants, Snackbars und Trinkmöglichkeiten. Ganz im Westen findet ihr einige Resorts mit Hotelstränden, falls ihr direkt dort Urlauben und dort auch am Strand sein wollt. Weiter hinten gibt es Industriegebiet und Ministerien, so dass der Strand vor allem für euch im Osten interessant wird. Hier am Strand werdet ihr wahrscheinlich viele Singles und junge Paare treffen und nur wenige Familien.